Wir sind hier, wir sind da, alle hier und die Zukunft hier! Hey Freunde der Sonne da draußen, ich gehe jetzt gleich zur Klima-Demo in Berlin, wo die Schüler und Schülerinnen streiken gegen den Klimawandel und da nehme ich euch jetzt einfach mit. Fridays for Future, Save the Planet, now! Wir passieren heute hier, wenn die Zukunft hier sind wir! Wir sind halt alle hier, um die Welt zu verändern und unsere Zukunft zu sichern. Ich bin Kote von Akto Grenzgänger und wir sind hier, um euch ein bisschen Musik zu spielen, habt ihr Wort? Ich freue mich total, dass ihr hier seid. Warum seid ihr eigentlich hier? Weil wir es total blöd finden, dass so viele Eisberge schmelzen und so viele Tiere auch sterben müssen wegen dem Klima. Save the Planet, was ist denn der Planet Erde für dich? Das ist für mich sowas wie ein Zuhause für all die ganzen Menschen, weil ohne diesen Planeten können wir ja gar nicht mehr leben. Wir wollen halt was verändern und deshalb haben wir uns alle hier versammelt. Wir sind die Jugend von heute und die Gesellschaft von morgen und wir werden morgen die Konsequenzen tragen. Was ihr heute entscheidet, wir sind Entwicklung und wir werden nicht bis morgen warten, dass unsere Stimme gehört wird. Dieser Generationenvertrag ist ja im Prinzip eine Lüge. Also wir bauen Scheiße und ihr möchtet die dann mal bitte in Ordnung bringen. Wir wollen uns einfach ganz klar dagegen stellen und hinter die Kinder. Meine Schüler haben mich gefragt, ob sie diese Demonstrationen können. Ich habe gesagt, ihr braucht meine Verpflichtung. Wenn ihr in die Verpflichtung glaubt, dann geht es. 15.000 Kinder, Jugendliche, Schüler, Schülerinnen, Erwachsene, Lehrer sind hier jetzt hinter mir versammelt, gehen jetzt, protestieren hier, marschieren Richtung Zukunft. Und das ist ein cooles Zeichen für unsere Politiker, um das System vielleicht ein bisschen zu verändern, ein paar Stellschrauben zu stellen. Und das ist gar nicht schlimm. Eine Transformation hat immer was Gutes gebracht. Also, auf geht's, los geht's, transformiert die Zukunft. Wir sind laut, weil ihr uns die Zukunft glaubt. Wir sind hier. Wir sind laut, weil ihr uns die Zukunft glaubt. Wir sind hier. Wir sind laut, weil ihr uns die Zukunft glaubt. Danke euch, dass ihr da mitgemacht habt, liebe Schüler, Schülerinnen, alle, die dabei waren. Und wir sehen uns bald wieder. Ciao. Wir hätten es auch gemacht, wenn es am Wochenende wäre. Danke euch, dass ihr da mitgemacht habt.